Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag, hier auf dem Kanal der FF-Fotoschule, Samstag 14.30, Bildbesprechung. Und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Heute vor dem Intro so ein paar Hinweise. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und ich bin der Inhaber der FF-Fotoschule. Ich mache mit meinem Team Fotokurse, Fotoworkshops, Live-Webinare und wir reisen mit euch und teilen mit euch fotografische Erlebnisse. Und das sind die Dinge, die uns bewegen, die uns am meisten Spaß machen und dafür sorgen, dass wir, ja, dass sie motiviert dabei sind und die auch dafür sorgen, dass es hier natürlich auch gratis Formate auf YouTube gibt. Denn wenn kein Cash fließen würde und es nicht irgendwo auch eine Einnahmequelle gäbe, dann könnte man natürlich dieses YouTube-Format nur als Hobby betreiben. Und das wäre bei über 500 Folgen sicher eher schwierig. Ich wurde in den letzten Wochen immer wieder gefragt, was ich glaube, was in jetzt diesen so rund 15, 16 Jahren Fotoschule und wenn ich jetzt mal die bundesweite Fotoschule, die ich davor schon mal hatte und die Workshop-Geschichten davor rechnen, sind es über 20 Jahre. Was ich in dieser Zeit vielleicht nicht strategisch richtig gemacht hätte. Und da gibt es eigentlich nur eine Sache, die mir immer wieder einfällt und die verwerf ich dann aber auch sehr schnell wieder. Und das ist die Tatsache, dass es diese Bildbesprechungsformate hier auf dem Kanal auf Deutsch gegeben hat und nicht auf Englisch. Wenn es hier auf Englisch gegeben hätte, hätte der Kanal sicherlich die 10-fache Reichweite, wenn es richtig gut gelaufen wäre und das ist nicht unwahrscheinlich, vielleicht sogar die 100-fache. Es wäre also ein sehr viel größerer Kanal geworden, denn du siehst ja anhand der Folgen nochmal, wie lange es diese Bildbesprechung gibt. Und dann besinne ich mich aber immer wieder darauf, dass ja nicht das Geschäftsmodell Bildbesprechung ist. Sondern mein Geschäftsmodell und das, was ich gerne tue, dafür, wofür ich brenne und wofür ich lebe, ist, mit euch fotografische Erlebnisse teilen. Und das ist eben in so einem YouTube-Format nur sehr schlecht möglich. Und insofern ist es ideal, dass der Kanal hier deutschsprachig ist, denn so können wir gemeinsam reisen und wir machen ganz absichtlich keine internationalen Reisen. Und wir könnten das auf Englisch tun, das ist kein Problem. Viele der Dozenten würden sich sofort zutrauen, die Reisen auch auf Englisch und für englischsprachige Teilnehmende zu leiten. Aber wir machen das eben genau für die Community, die Fotografen und Fotografinnen-Community im deutschsprachigen Raum. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und insofern alles richtig gemacht und deswegen gucken wir uns jetzt auch hier, wie immer, gratis und völlig kostenfrei für dich, die Fotos von heute an. Wir starten hier und heute mit einer Möwenaufnahme von Andi Breuer. Der hat eine Möwe im Flug fotografiert, das Bild hierher geschickt. Und ich weiß gar nicht, ob ich gut finden soll, dass es so Ton in Ton ist oder nicht. Das frage ich mich hier beim ersten Blick darauf allen Ernstes. Denn der Himmel, der stiehlt der Möwe schon so ein ganz kleines bisschen die Show. Also nicht jetzt massiv, aber der stiehlt ihr schon so ein bisschen die Show. Der ist natürlich eigentlich gut rausgearbeitet. Die Frage ist, ob du nicht mit so ein bisschen Dodge & Burn die Möwe noch rausarbeiten hättest können. Dass die so ein bisschen mehr rausploppt aus dem Himmel. Denn die ist an einer guten Stelle, die hat schön viel Raum und es sieht auch so richtig nach Möwenwetter aus. Und nach Meer und nach Küste und nach all dem, was so zu einem ordentlichen Möwenleben, wenn man jetzt nicht gerade in Rom oder im Hamburger Hafen lebt als Möwe. So sieht das schon so ein bisschen gut aus. Aber sie verschwindet mir so ein bisschen zu sehr im Hintergrund. Bernd Elz hat uns ein Foto eingesandt, das er irgendwo in den Bergen fotografiert hat mit so einem Bergpanorama in der Spiegelung. Was sehr schade an diesem Bergsee ist, Bernd, ist, dass du zu einem Zeitpunkt da warst, als der Wasserpegel sehr niedrig war. Denn wir sehen ja am anderen Ufer, dass der Wasserpegel sehr viel höher stehen kann. Durch das Höherstehende würde natürlich auch die Spiegelung noch besser kommen, weil der mittlere Streifen, der aus diesem Geröll und dem Gras besteht, der wird halt schmaler werden, weil wir hätten nur noch das Gras. Das wäre schöner als der graue Streifen in der Mitte. Aber es ist halt, wie es ist. Das kann man sich nicht aussuchen. Das ist hier fotografiert wahrscheinlich irgendwann im Sommer. Denn in den Bergen liegt ja auch nur noch sehr wenig Schnee. Da ist so ein bisschen Gletscheransatz vielleicht. Aber also so richtig Schnee ist da nicht. Und von daher ist der See nicht so voll, wie er sein könnte. Es ist trotzdem ein sehr schönes Bergpanorama. Hier hätte man auch noch ein bisschen mehr rauspoppen können. Das, was bei dem Andi eben am Himmel mir fast ein bisschen zu viel war, ist mir hier ein bisschen zu wenig. Da hätte man schön noch mit einer Maskierung zumindest mal den oberen Teil der Berge rausarbeiten können. Gar nicht unbedingt in der Spiegelung. Die kann so pastellig bleiben, aber den oberen Teil, den hätte man schön noch rausarbeiten können. Rechts ragt so ein Baumstamm ins Bild. Da frage ich mich, ob man den nicht vielleicht hätte noch wegmachen können. Vor der Tanne, Fichte oder was auch immer steht. Wahrscheinlich ein Wegweiser oder ein Mast oder weiß ich auch nicht so ganz genau. Da ist ja auch, glaube ich, der Wanderweg. Da sitzen ja auch welche unten am See. Okay, das hätte man noch ein bisschen aufräumen und wegstempeln können, meiner Meinung nach. Wir haben noch ein bisschen das Bild cleanen, aber insgesamt ist es ein schönes Bergpanorama. Von Rochos Schleicher kommt eine Einsendung, die eine kleine Entenfamilie am Dorfteich zeigt, wie er im Bildtitel hier einen Dateinamen geschrieben hat. Das, was mich daran am meisten stört, ist, dass die Schärfentiefe zu gering ist. Das hast du fotografiert mit einem, lass mich gucken, 230 mm APS-C, also 350 mm etwa Kleinbild mit einem Sony 70-300. Und wenn du jetzt den Mutterentenkopf, den Kopf der Mutterente in der Schärfenebene hättest, wäre das einfach richtig, richtig geil. So ist das die größte Schwäche des Bildes. Denn die Schärfe liegt schon schön auf dem Rücken und auf dem Hinterteil der Ente und auch auf den Küken und so weiter. Das ist alles tutti und alles gut. Aber ein bisschen mehr Schärfeausdehnung, dazu hättest du einfach nur ein bisschen abblenden müssen. Oder hättest du den Fokus gleich ein bisschen weiter nach vorne gesetzt, dann wären die Küken wahrscheinlich auch immer noch in der Schärfenebene. Und vielleicht das Heck der Ente nicht. Das wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Von Rolf Leermund stammt diese Einsendung. Ja, egal wo das ist, es ist eine unfassbar geile Location. Ich kann das nicht anders sagen. Also das sieht wirklich grandios aus mit dem Boden. Das ist ja irgendeine Installation, die wahrscheinlich nicht dauerhaft ist. Denn das ist der Boden mit dieser Betonfarbe der Glänzenden und auch die Wände, die so ein bisschen gestückelt sind. Die Fußleiste, die nur auf der einen Seite ist und gar nicht so dazu passt. Und dann noch diese Abzweigdose, die rechts ist und so weiter und so weiter. Das sieht ja alles ein bisschen nach einem Provisorium aus. Aber es ist richtig gut gemacht, finde ich. Man sieht genau, dass der, der da fotografiert, ein Porträt da drin fotografiert. Ich frage mal, ob es eine gute Stelle ist, weil ich glaube, dass deine Stelle, wo du fotografierst, die viel bessere Stelle ist. Weil wir einen Eindruck von dem Raum haben. Aber vielleicht wird der auch nur fotografiert vor einem der Kunstwerke, was er selber hinten an die Wand gemacht hat. Keine Ahnung, weiß nicht so ganz genau. Ist mir am Ende auch egal. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil die Zeichungen an der Wand sehen eher wie Kindergartenzeichungen aus. Und er sieht nicht aus, als sei er jemand im Kindergartenalter. Aber gut gesehen, schön symmetrisch aufgebaut, gutes Bild, stark gemacht. Von Rolf Lüdecke. Das Bild eben war übrigens von Rolf Leermund, falls ich das nicht gesagt haben sollte. Diese Einsendung ist von Rolf Lüdecke. Er hat ein Rotkehlchen fotografiert, irgendwo auf einem Balkonkasten oder auf einem Pflanzkasten jedenfalls. Ja, das ist alles soweit okay. Das ist halt kein gutes Rotkehlchenfoto. Also es ist bildaufbaumäßig nicht ideal, weil das Rotkehlchen einfach ein bisschen arg zur Mitte gerückt ist. Und die Pflanze eigentlich links dazu nichts beizutragen hat. Und gleichzeitig ist es aber auch kein gutes Rotkehlchenfoto, weil die Freistellung da hinten nicht stark genug ist. Die Hortensie, die da im Hintergrund wächst mit den trockenen Stielen, die stört halt sehr das Bokeh im Hintergrund. Und so Rotkehlchen sind halt einfach sehr dankbare Motive. Die sind halt sehr, sehr zutraulich. Du hast das fotografiert mit 400 mm Kleinbildäquivalente Brennweite. Und bei 400 mm Kleinbildäquivalente Brennweite könntest du viel dichter ran sein. Könntest du wahrscheinlich ein Rotkehlchenporträt schießen. Zumindest wäre das bei uns hier im Vorgarten möglich. Weil die wirklich fast auf dem Fuß fliegen. So zutraulich sind die. Das hätte man hier schöner machen können. Das ist von den Farben und vom Licht her sehr schön. Aber halt kein schönes Rotkehlchenfoto. Das heute, das ist keine direkte Werbung, sondern eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit für dich. Ich stehe hier auf Island in einer sehr, sehr schönen Outdoor-Ausstellung eines isländischen Fotografen. Der hier am Strand seit Jahren am Diamond Beach ausstellt. Und du kannst auch ausstellen. Mit mir und der besten Community von Welt gemeinsam auf dem Oberstdorfer Fotogipfel 2024 zum Thema Leben. Ich habe dir alles auch nochmal in unserem Blog geschrieben. Du schickst einfach ein Foto, was du mit dem Thema Leben verbindest, an oberstdorf.ff-fotoschule.de. Und dann werden später von Christian Poppkis deine Fotos kuriert. Schick maximal so ein bis zwei Bilder. Und dann hängt dein Bild gegebenenfalls beim 12. Oberstdorfer Fotogipfel Outdoor. Großformatlich, so wie hier, zum Thema Leben. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam diesen Fotogipfel dann vor Ort auch so richtig abfeiern würden. Ich werde auf jeden Fall da sein. Romer Mayer hat auch irgendwann einen Bergsee fotografiert und das Bild hier eingesandt und hat etwas getan, was ich oft propagiere. Hier ist es nicht ganz so ideal. Nämlich auch in der Landschaftsfotografie mit Unschärfe im Hintergrund gearbeitet. Hier fängt die Unschärfe aber zu früh an. Ja, also es wird überhaupt nichts dagegen sprechen, wenn die Berge hinten unscharf wären. Aber der See und vielleicht auch noch die erste Reihe der Fichten am anderen Bildufer, die könnten schon sehr schön in der Schärfenebene sein. Und hier ist die einzige Schärfenebene vorne im Vordergrund, hier an diesen rötlich-violett blühenden Blüten. Das ist mir tatsächlich hier zu wenig, denn das wirkt mir irgendwie nach hinten zu matschig. Da würde ich mir ein bisschen mehr Schärfeausdehnung wünschen. Die rote Jacke oder den roten Pullover rechts am Bildrand hätte ich auf jeden Fall weggestempelt und den weißen Fleck, der da mitten im See ist, auch. Silvia Lange hat im Spätherbst irgendwo im Wald fotografiert und Silvia da so eine sehr schöne Stelle erstens gefunden, aber vor allem auch sehr schönes Licht. Das ist das klassische Bokeh, also ich hätte gar nicht hingucken müssen, ich hätte es gewusst. Das ist das Bokeh des 40-150 Blende 2.8 von Olympus und das macht so ein leicht grisseliges, erdigitales Bokeh. Hier kommt das richtig gut. Das kommt an manchen Stellen gar nicht so schön. Ja, wenn man vor einem Strauch mit ein bisschen Gegenlicht fotografiert und macht ein Porträt davor, ist es nicht so schön. Hier sorgt das zu dieser Stille, die dieses vom Sonnenlicht beschiedene Ahornblatt liefert. Zu dieser Stille und dem Rest, der ja sehr farblos ist, inklusive der Buchenblätter rechts, sorgt es halt für so ein bisschen Auflockerung. Und das gefällt mir hier gut. Ich kann selber gar nicht sagen, wie ich auf den schmalen Grat komme, das gefällt mir gut. Das ist sehr gut gesehen, schön gestaltet, gutes Licht, gutes Herbstfoto. Also, von Tomislav Grazak stammt diese Einsendung einer Ente, Gans, Wasservogel, keine Ahnung. Aber es ist natürlich stark. Also es ist ein sehr, sehr schönes Porträt. Es ist sehr, sehr schön dicht dran. Es ist mit 600 Millimeter Kleinbild-Equivalente-Brennweite. Und wir haben diesen Störer im Vordergrund, der sich so ein bisschen an die Schnabelform anschmiegt. Wir haben im Hintergrund dieses cleane, weich gezeichnete Bokeh. Wir haben aber gleichzeitig Schärfe auf diesem Vogel, fast von der Schnabelspitze bis zum Scheitel. Und da ist vieles gut dran. Die Frage ist, ob man es noch ein bisschen schöner hätte schneiden können. Entweder mit sehr viel mehr Negative Space, also das Ganze noch doll erweitern, dass das, was wir jetzt sehen, vielleicht nur das untere rechte Viertel des Gesamtbildes ist. Das könnte man ja nachträglich noch erweitern. Oder aber dichter dran und dann das Bild nach rechts öffnen. Das wäre das, was ich, also oben nicht so viel Platz, unten ein bisschen mehr Platz, aber dann nach rechts das Bild öffnen. Das würde ich wahrscheinlich tun an dieser Stelle. Aber es ist ein wirklich starkes Bild. Von Ulrich Blanke kommt eine Einsendung irgendwo vom Strand. Vielleicht von irgendeinem Herbst, Oster oder was auch immer Feuer. Ist auch egal. Da stehen vergleichsweise wenig Menschen dafür, dass da so ein großes Feuer ist, finde ich. Da hätten viel mehr stehen können. Die machen das Bild wirklich gut. Da hätte ich vielleicht gar nicht so aufgehellt, Ulrich, sondern das hätte ich vielleicht sogar im Scherenschnitt gelassen. Das ist ja ein bisschen gegen angearbeitet, wie ich sehen kann. Und auf den Personen würde ich keinerlei Zeichnung erwarten. Im Gegenteil, die würde ich sogar in nur der Silhouette ganz gut finden. Bei den links im Bild, die vor der Sonne stehen, ist es ja fast so. Bei den rechts, die wirken halt deswegen so ein bisschen bläulich-gräulich. Die würde ich aber wieder abdunkeln mit einer Maske. Ansonsten ist das sehr schön gemacht. Tolle Lichtstimmung, schöner Sonnenuntergang, viel Gutes dabei. Und war bestimmt auch eine coole Stimmung da vor Ort. Last but not least haben wir heute von Winfried Scholz eine Einsendung eines Nutria. Aber heute haben wir viele Telebilder, habe ich so den Eindruck. Ja, auch ganz gut. Die sind ja auch relativ zutraulich an vielen Stellen in diesem Land. Auch da vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Ich weiß, dann wäre das Gras, was jetzt unten reinragt, vor die Nutria gekommen. Aber das hätte man halt irgendwie anders lösen können oder müssen vielmehr, als auf eine andere Stelle suchen. Das Licht ist sehr schön. Die Farben sind sehr schön. Es ist halt sehr viel los auf dem Foto. Und vor allem stören mich diese Zweige, die hinter dem Nutria aus der Spiegelung da aus ihm rauswachsen. Die so krisselig, also Birkenzweige wahrscheinlich, die stören mich wirklich ganz massiv. Die hätte es da nicht geben sollen. Auch nicht die Hundeleine, die so nach oben rechts in der Spiegelung hinten weggeht. Das ist alles nicht so schön. Ja, ist für Wildlife ein okayes Tierfoto, aber auch wirklich nichts Tolles. Aller herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Danke, dass du hier die Bildbesprechung bis zum Ende zugeschaut hast. Und vielen Dank für deine Kommentare, dein Like und auch das Teilen der Bildbesprechung. Denn all das hilft natürlich auch, dass, obwohl der Gesamtmarktfotografie natürlich rückläufig ist, die Bildbesprechung nach wie vor auf einem sehr guten Niveau hier läuft. Ich wünsche dir da draußen nur das Beste. Ich wünsche dir eine richtig gute Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und dann immer schön an Denken. Wir zwei, wir sehen uns kommende Woche, wenn du magst, hier auf dem Kanal wieder.